So, heute gucken wir mal hier rein, ob wir hier ein paar freie spiele bekommen können, los geht's. Zwei, drei. Das war schon mal nichts. Acht. Acht. Oh, 20. Jawoll. Und nun los, gleich drei Rachen hinterher hier. Schmeckt dir unser Einsatz nicht oder wie? Ach, der hat keine Anstalten. Ach, den noch einen runter, den anderen einen hoch. 320. Hätten wir schon genommen. Aber nee. Jetzt haben wir Lust. Jawoll, da haben wir die ersten. So, was nehmen wir? Um erstmal ein paar Kohlen zu kriegen, nehmen wir erstmal was zartes. Nehmen wir mal das K. Was, jetzt wollen wir am Vollbild sehen. Attacke. So funktioniert das nicht. Ist der ein Arzt? Ist das wirklich sein Arzt? Verlängerung auch nicht, okay. 80 Cent, 80 Cent, 80 Cent. Ja gut. Okay. Weiter geht's. K nehmen wir nicht nochmal. Alter. Das war ja schon richtig mies. Na los, zur Entschädigung kannst du nochmal ein paar vernünftigeren drücken. Jetzt kommen wir hier. 16. Ufff. 14. 4. 12. Hallo, kriegst du das nochmal hin? Drei Stück? Ja, 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 oh, knapp da nehm. Verbrecher eh. Da waren es nur noch 50. Das nehmen wir als nächstes, wenn wir sie nochmal kriegen sollten. Hm, das kann auf jeden Fall. Aber wer weiß, ob das dazu kommt. Ich sehe es ja noch nicht so. Leiter ist auch tot. Vielleicht sollten wir mal einen Euro machen. Machen wir mal. Ja komm. Drei. Jetzt aber. Der verarscht uns ja richtig ey. Ich freue mich, das ist das erste Mal. Ich freue mich. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. wieder so knapp er kann uns doch nicht nur eh mal freispiele jemals 80 cent das war knapp so zwei euro los jetzt hier jetzt so was schönes da oben was jetzt hier das schafft alles nicht der rückt wirklich keine mehr raus schon wieder mit 20 ankommen das geht zu schnell der hat uns ja mal richtig abgezogen schade ich hätte euch ja noch ein paar freispiele gönnt auf 2 euro mir natürlich auch aber es soll nicht sein dann schiebt doch das wenigstens auf die linie 10 cent man das wären noch 15 euro gewesen verbrecher manno ja 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 ja